hallöchen es ist sonntag früh gestern habe ich irgendwie nichts mehr gemacht deswegen muss ich jetzt ran und ich habe ja gesagt ich muss bis 7 uhr oder kurz nach 7 muss ich mit der nächsten episode durch sein wegen der wunderkugel die er schon gesucht hat jetzt doch noch neun stunden aber egal wir haben jetzt 5 uhr 16 morgens und ich fange einfach mal an bei 10.406 ja 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 Flüssiger als gedacht. Hm. 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 Juicy. Shelfling. Shelfling. So delicious. Shelfling. 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 Tasty. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ei, 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 ei ei, 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 ei Das war's. Das war's. Ich habe so den fiesen Verdacht, dass die Episode ziemlich heftig wird. Das war's. 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 Das Ding ist ja richtig heftig. Das war's. So und schon kommt zum ersten Mal Werbung. Also, ich denke mal der Level, der siebt aus. Ich hoffe mal auf ein paar leichtere jetzt, wo ich keinen Booster brauche. So, keine Werbung. Hm. 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 Ach komm. Es gibt ja Megabomben. Wobei. Ah. Da noch Glück gehabt. Ja. 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 Soda Crush So delicious Hmm Hmm Hm. Jim C. Jim C. Jim C. Jim C. Jim C. Hm. Hm. Ich hab keinen Bock drauf. Echt nicht. Ich hab keinen Bock drauf. 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 Jim C. Ich hab keinen Bock drauf. 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 Ich hab keinen Bock drauf drauf. Es wäre zu einfach, wenn es einfach nebeneinander liegen würde. noch Tasty. Soda Crush. Soda Crush. Soda Crush. Soda Crush. Soda Crush. Hm. Tasty. Juicy. Tasty. Juicy. Tasty. Juicy. Tasty. Tasty. Fiine. Ahem. 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 Soda. Soda. Ach jo. Aie 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 aie. Tasty. 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 Glück hat. Viel Glück hat. Dann schauen wir mal. Tasty. Tasty. Juicy. Tasty. Das Ding hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Sona Crush. Sona Elation. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Divine. Tasty. So und bei der Wunderkugel wünsche ich mir jetzt einige Lutsche haben, das wäre schon mal super. So. 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 Damit ist mein Schicksal besiegelt. Ich muss heute noch die dritte und letzte neue Episode spielen. Boah jetzt endlich mal liegen die nebeneinander hier. Fühl zum ersten Mal in der Episode. Die war schon lustig, muss man nicht sagen. Die war schon lustig, muss man nicht sagen. Die war schon lustig, muss man nicht sagen. Die war schon lustig. Super schwer, na super. Ach, das mache ich noch einmal so. Super schwer. Die war schon lustig. Juicy. Juicy. So delicious. Tasty. Juicy. Tasty. 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 Hm. Das wird auch mit Werbung eng. Das gibt alles nichts. Ach komm. Das wird auch mit Werbung eng. Jona. Wieder eine Episode geschafft. Ja, aber die mache ich dann nach dem Frühstück. Ich habe nämlich jetzt Hunger. Also denn, schönen Sonntag und bis später. Macht's gut. Ciao.